Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Genauso ist es auch in diesem Fall mit dem Wetter. Vom großen Schneesturm ist nicht mehr allzu viel übrig geblieben in den aktuellen Wettermodellberechnungen. Aber dafür geht die eisige Kälte wahrscheinlich in die Verlängerung vom 3. bis zum 4. Advent. Zum Teil Tagestemperaturen deutlich unter 0 Grad und Nachttemperaturen um die minus 10 bis knapp minus 20 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Wir schauen noch mal hin auf den aktuellen Sechserlauf. Was tut sich da neben dem Dauerfrost? Kommt da jetzt Schnee und wenn ja, wie viel Schnee könnte fallen? Jedenfalls die ganz großen Schneemassen sind erst mal außen vor. Zunächst mal der Blick auf die Ensemble-Prognose für Süddeutschland bis zum Heiligabend auf die 2 Meter Temperatur. Hier am Beispiel von Nürnberg vom europäischen Wettermodell und es bleibt kühl. Die Temperaturen liegen meist um oder knapp unter dem Gefrierpunkt. Also Dauerfrost hier Richtung Nürnberg fast bis zum Heiligabend. Aber viel Niederschlag ist da eben nicht in Sicht und das ist eben diese spannende Lage ja gewesen. Die hatte ja noch gestern berechnet viel Schnee in Ostdeutschland, aber allzu viel ist davon nicht geblieben. Das springt allerdings hin und her und wenn ihr das verfolgen wollt, tagesaktuell, dann ladet einfach mal das neueste Update von unserer wetter.net App runter im Google Play Store. Viel Spaß dabei. Ja, wir schauen mal auf die Wetterlage ganz frisch berechnet vom Sechserlauf. Was ist da noch übrig geblieben vom Schneefall? Samstag Nachmittag bleibt es dabei erst mal. Es geht los, vor allen Dingen hier südlich der Donau zum Teil anhaltende lange Schneefälle, aber auch stellenweise hier Richtung Franken rauf bis nach Ostdeutschland. Da kommt auch ein bisschen Schnee vom Himmel runter. Die großen Schneemengen werden es aber dort nicht werden. Und dann die Nacht zum Sonntag. Immer noch die Schneefront hier im Südosten von Bayern bis rüber nach Österreich. Hier zum Teil richtig viel Neuschnee auch nach Tschechien rein. Aber bei uns auf der deutschen Seite, da ist es doch eher schwach mit den Niederschlägen. Zumindest hier in der neuesten Sechserprognose vom deutschen Wettermodell. Der Blick auf den Montagmorgen und auch da ist eigentlich nichts Dramatisches zu sehen. Ganz normaler Schneefall ohne einen Zusammenbruch des Verkehrs ist da am besten Willen nicht zu erkennen. Zwar viel Schnee, aber nichts Dramatisches für uns hier in Deutschland. Fünf bis zehn Zentimeter können das mal werden. Doch der stärkste Schneefall bleibt aktuell einfach auf der polnischen Seite stecken. Ja und dann die Nacht zum Dienstag. Da ist der Käse fast schon durch, fast schon gegessen. Wir sehen noch hier im äußersten Nordosten, da kann es noch mal ein bisschen Schnee geben. Aber auch hier gilt, der Schwerpunkt liegt eher auf polnischer Seite. Und der Rest von Deutschland würde nach dem neuesten Sechser vom deutschen Wettermodell fast überhaupt nichts mehr abbekommen. Und das Ganze, das würde dann so aussehen. In Schneemenge, in Schneehöhe bis Dienstagmorgen. Ja, was haben wir da eigentlich? So zwei bis vier Zentimeter in den meisten Landesteilen hier im Osten. Und nur an der Grenze zu Polen da ein bisschen mehr. Zehn, elf, zwölf Zentimeter könnten es da werden. Aber von den großen Schneemengen von gestern, vom Zwölferlauf oder auch vom Sechserlauf gestern ist wirklich kaum noch was übrig geblieben. Kann sich natürlich noch mal ändern. Das Potenzial ist ja da. Aber momentan sieht es danach eben nicht aus. Hier mal zum Vergleich die ganz frischen Prognosen. Auch vom Sechserlauf der Amerikaner. Da sieht es auch nicht nach mehr Schnee aus. Bis Dienstagmorgen zwei bis vier Zentimeter in den Tiefenlagen. In den höheren Lagen 15 bis 20 Zentimeter Schnee. Mehr ist da sehr wahrscheinlich auch nicht zu holen. Also ein krasser Sprung im Vergleich zum gestrigen Zwölferlauf am Abend. Ich zeige es noch mal. Das ist die neueste Prognose der Schneehöhe bis zum Dienstagmorgen. Und das hier war die Prognose gut bis Mittwochmorgen. Aber da hätte das meiste am Montag, Dienstag fallen sollen. Da sehen wir teilweise 30, 40 bis zu 50 Zentimeter Schnee im Stau vom Erzgebirge. War da eine Prognose drin bei diesem Schneetief. Das ist momentan alles erst mal verschwunden. Dafür geht aber sehr wahrscheinlich die Kälte in die Verlängerung. Und das schauen wir uns hier auf den Wetterkarten an. Die Nacht zum Freitag wird schon relativ kühl. Leichter bis mäßiger Frost, um die 0 bis minus 5 Grad messen wir viel Dunst, viel Nebel und weniger Auflockerungen. Der Freitag dann insgesamt auch sehr kühl. Die Tageshöchsttemperaturen bleiben meist so um den Gefrierpunkt, nur stellenweise etwas darüber. Und diese kalten Luftmassen, die strömen in abgeschwächter Form weiterhin zu uns nach Mitteleuropa, werden sich aber hier aus Nordeuropa in den nächsten Tagen noch mal verstärken. Die Höchstwerte heute maximal minus 1 bis plus 3 Grad, nur im Südosten und am Rhein vielleicht noch mal bis zu 4 Grad. Im Süden viele Wolken, stellenweise noch ein paar Schneeschauer. Sonst passiert relativ wenig. In anderen Landesteilen zeigt sich ab und zu auch mal die Sonne. Der Samstag bringt dann diesen aufkommenden Schneefall. Hier im Südosten und im Süden des Landes, Temperaturen immer noch so 2 bis 3 Grad in tiefen Lagen, oberhalb 300 bis 400 Meter leichter Dauerfrost. Auch hier im Nordosten bleibt es kalt mit minus 2 bis 0 Grad. Am 3. Advent dann eben Schneefall. Hier im Osten und im Südosten und teilweise im Süden, da kommen einige Zentimeter Schnee runter. Die großen Mengen, wir haben es eben gesehen, werden es wohl nicht sein. Die Temperaturen bleiben am 3. Advent um die minus 2 bis 0 Grad. Es ist also relativ kalt. Und auch der Montag bleibt meist bedeckt bei uns in Deutschland. Vor allen Dingen im Osten und auch im Süden ab und zu Schneeschauer. Die Temperaturen im Frostingbereich minus 2 bis 0 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen. Und die Nächte werden kalt, minus 5 bis minus 10 Grad, über Schnee zum Teil auch unter minus 15 Grad, wenn denn die Wolkendecke auch mal kurzzeitig etwas auflockert. Auch der Dienstag insgesamt sehr winterlich. Viele Wolken im Norden und im Osten. Weitere Schneeschauer, aber auch hier kein großes Schneedrama zu erwarten. Ein paar Zentimeter kommen noch mal vom Himmel runter. Im Südwesten meist trocken, ab und zu ein bisschen Sonnenschein. Die Tageshöchsttemperaturen nur noch um die minus 4 bis 0 Grad, also richtig kaltes Winterwetter. Und genauso bleibt es auch am Mittwoch. Immer noch weitere Schneeschauer nach Norden und nach Osten hin. Im Südwesten lockern die Wolken auf, hier teilweise Sonnenschein. Und die Tagestemperaturen liegen um die minus 3 bis plus 1 Grad. Die 1 Grad gibt es hier im Nordwesten Richtung Nordseeküste. Donnerstag, Freitag, Samstag. Es bleibt kalt. Am Donnerstag minus 5 bis 1 Grad, am Freitag minus 4 bis 0 Grad und der Samstag bringt minus 5 bis plus 1 Grad. Und das sind jeweils die Tageshöchsttemperaturen bei uns in Deutschland. Die höheren Werte an der Küste und teilweise auch am Oberrhein. Sonst verbreitet Dauerfrost die gesamte Woche über und Nachtstemperaturen um die minus 10 bis minus 15 Grad über Schnee. Dann sogar knapp minus 20 Grad, nicht ganz ausgeschlossen. Und die ganz frische Prognose für den 4. Advent, da sah es gestern noch eine Milderung aus. Das krasse Gegenteil ist nun mal wieder der Fall. Bis zum minus 10, teilweise minus 12 bis minus 13 Grad in 1500 Metern Höhe. Die Kälte geht in die Verlängerung unten am Erdboden. Würde der Dauerfrost bis zum 4. Advent bei uns in Deutschland bleiben. Wie geht es weiter bis zum Heiligen Abend, bis zum 23. Dezember, also kurz vorm Heiligen Abend. Hier die Prognose der Europäer und auch hier leichter Dauerfrost bis zum 23. Dezember für den Norden. Das sind die Temperaturen in 2 Meter Messhöhe. Das Rote ist das Mittel aus allen aktuellen Ensemble-Mitgliedern. Es wird kalt bleiben unter 0 Grad, aber die Streuung ist groß bis zum 23. Dezember. Ab und zu fällt Niederschlag bei diesen Temperaturen meist bis runter als Schnee. Und wir blicken nach Westdeutschland. Hier ist auch eine leichte Milderung zu erkennen. Richtung 23. Dezember geht es leicht über die 0 Grad Mark hinaus, aber zuvor meist um oder auch leicht unter 0 Grad. Ab und zu Niederschläge meist als Schnee oder Schneeregen bis in tiefe Lagen. Und wir blicken nach Ostdeutschland. Hier bleiben wir eigentlich durch die Bank hinweg um die 0 Grad oder runter. Hier auch immer wieder Frost am Tag bis minus 2, minus 3 Grad. Und später so eine leichte Erwärmung zum 23. Dezember. Ab und zu Niederschläge, anfangs zum Teil auch kräftigere Schneefälle. Im Süden des Landes gibt es auch nichts Neues zu berichten. Es wird kühler, Temperaturen auch am Tag knapp unter 0 Grad, nachts mal Richtung minus 10 Grad. So bleibt es denn auch bis zum 23. Dezember. Wobei das Rauschen und die Unsicherheiten zunehmen und ab und zu fällt mal etwas Niederschlag. Bei diesen Temperaturen ist es eben meist der Schnee. Der fällt bis in tiefe Lagen. Zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier leichter Dauerfrost. Tagsüber nachts bis zu minus 10 Grad. So geht es weiter bis zum 23. Dezember. Ab und zu Niederschläge. Bei diesen Temperaturen dürfte es auch hier sich meist um Schneeregen und Schnee handeln. Das hatten wir schon gesehen. Gestern die neueste Prognose der NOA für den Dezember 2022 deutlich nach unten korrigiert. Und heute nochmal ein Sprung weiter nach unten Richtung Eiszeit für den Dezember. Nun fast bis Süddeutschland zu kalt. Dieser Dezember 2022. Da wurde also ordentlich nach unten korrigiert. Hier über Ost und über Nordeuropa zum Teil 3 bis 4 Grad kälter als das Klimamittel. Und was passiert im Januar und im Februar? Da schauen wir uns hier mal an. Und da bleibt es erst mal alles am Alten. Bis zu 2 Grad so warm soll der Januar ausfallen. 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und auch im Februar gibt es nichts Neues zu berichten. Auch hier eine Abweichung in Deutschland um 2 Grad über dem Klimamittel. Hier bei Osteuropa sogar 3 bis 4 Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Lassen wir mal so stehen. Ich mache mal ein Fragezeichen dahinter. Wir haben ja gesehen, der Dezember ist völlig gekippt in die andere Richtung. Mal gucken, ob nicht auch der Januar und der Februar nochmal ordentlich nach unten korrigiert werden müssen. Das war es vom Wetter am Donnerstag. Einen schönen Abend und Tschüss bis morgen.